Dadadada-adeshmike Hallo, hallo, liebe Leute, Kazlares88 hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing. Und zwar haben wir hier das Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini. Ja, unglaublich, ne? Das ist jetzt seit e.o. die erste Nintendo Konsole, die ich erkaufe, weil ich bin ein großer Retro-Fan und als ich dieses Teil gesehen habe, als es angekündigt wurde, habe ich es sofort vorbestellt, denn das fand ich richtig, richtig klasse. Ja, 70 Euro für diese Mini-Konsole mit 30 vorinstallierten Spielen, ob das jetzt billig oder etwas teuer ist, ich weiß nicht. Ich fand den Preis annehmbar, deswegen habe ich wirklich sofort bestellt und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an hier und packen das aus. Was haben wir denn hier? Ich habe wirklich schon seit E.O. nun keine Nintendo-Konsole mehr ausgepackt, vor allem schon gar nicht aus der Originalverpackung. Das ist ja schon so ein bisschen spannend. Eine richtige Anleitung. Oh mein Gott, das ist ja richtig richtig retro. Oh nee, ne? Ernsthaft jetzt? Oh Gott, wie klein ist das? Wow. Das ist es. Das Nintendo Entertainment System Mini. Das ist ja... Gott, wie kann ich das... Habe ich einen Größenvergleich? Nehme ich mal hier ein PS4-Spiel, also das Ding ist, ist wirklich winzig klein und sieht einfach richtig cool aus. Tja, was haben wir denn noch hier in der Box? Auch ein Klassiker der Videospielgeschichte schlechthin, ne? Jeder dürfte das kennen. Schaut euch das an. Da wird man richtig nostalgisch. Das habe ich ja nie gehabt, ne? Ich hatte mal einen Super Nintendo, leider nur aus der Videothek ausgeliehen, selbst besessen habe ich nie einen, aber ein NES habe ich noch nie gehabt und obwohl das jetzt nur eine moderne Interpretation des Controllers ist, ist das trotzdem richtig, richtig cool, das mal in der Hand zu halten und vor allen Dingen freue ich mich darauf, dann diese ganzen tollen Spiele zu spielen. 30 sind es in der Zahl und ich habe jetzt gar nicht im Kopf, welche das überhaupt sind. Schauen wir doch mal. Super Mario Bros., Legend of Zelda, Kirby's Adventure, Donkey Kong, Metroid, Mega Man, ja, Castlevania, oh ja, oh mein Gott, und sogar Final Fantasy ist dabei. Ja, das ist richtig toll. Das sind einige Klassiker, die ich noch nie gespielt habe, von denen ich aber schon viel gehört habe. Da freue ich mich sehr drauf, das mal zu spielen. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob in der Box noch irgendetwas anderes von Belangen ist. und ich glaube, ja, da ist noch was. Ein HDMI-Kabel und ein USB-Ladekabel. Hieß es nicht irgendwie, dass diese Ladekabel nicht dieser Konsole beiliegen würden? Ich weiß es nicht mehr. Na, wie dem auch sei. Ich freue mich sehr, dass ich es gekauft habe und dass ich es bald ausprobieren kann. Das Nintendo Entertainment System Mini, Nintendo Classic Mini, gibt es für 69 Euro, falls man es noch zu kaufen bekommt. Da ist ja blitzschnell ausverkauft, war zumindest die Vorbestellung. Naja, habt ihr vor, euch das zu holen? Habt ihr vor, euch das zu holen? Oder nicht? Und ja, das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich werde erst mal zocken. Bis dann.